Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. In ein paar Wochen steigt ja endlich wieder das Revierderby zwischen dem BVB und uns aus Gelsenkirchen und dann wird es natürlich wieder rund gehen. Aber auch schon jetzt gibt es mal wieder ein paar Sticheleien von schwarz-gelber Seite, denn der neue Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der im Sommer von Freiburg kam, war zu Gast in der Gesprächs- und Brinkhoffs Ballgeflüster. Dort wird halt vor allen Dingen auch über den BVB gesprochen, aber auch die Fußball-Bundesliga generell. Und deswegen war neben Schlotterbeck auch in der neuesten Ausgabe Sky-Moderator Sebastian Hellmann eingeladen. Und der blickte bereits in den Spieltag und seinem einsatzenden Topspiel entgegen. Und das Topspiel bestreiten wir ja gegen Borussia Mönchengladbach um 18.30 Uhr. Und dann gab es eben auch von Schlotterbeck für einige einen lustigen, aber eben auch bissigen Kommentar dazu, denn er sagte, es gibt Topspiele auf Schalke und zeigt sich damit so ein bisschen verwundert, dass natürlich auch wir Schalker mal so ein Topspiel austragen können. Ich denke mal, bei den Fans der schwarz-gelben wird die Spitze des Neuzugangs bestens angekommen sein. Ein paar Kilometer westlich dann bei uns, wie wir wahrscheinlich darüber weniger gelacht haben. Am Ende kann man natürlich auch sicherlich damit ab, weil auch das gehört natürlich auch einfach dazu, dass man einfach wieder in einer Liga spielt und dem auch dann gegeneinander sich ein bisschen sticheln kann. Und am Ende geht es vor allem auch darum, wer das Derby gewinnen kann, gewinnen wird. Und vielleicht wird dann auch der Neuzugang Nico Schotterbeck zum ersten Mal merken, worum es am Ende dann auch wirklich wichtig wird im Derby. Und ob dann am Ende auch ein Spruch vielleicht mehr wert ist als das, was auf dem Platz passiert. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anale Schalker Anale Schalker Anale Schalker